Musik Bleiben wir noch mal ein bisschen bei den Heiligen Drei Königen, denn sie sind ja auch hier so wunderbar dargestellt. Wenn wir uns diese Drei Könige genau angucken, sehen wir, dass die nicht einfach nur alle sozusagen aus dem fernen Osten kommen, sondern dass diese Drei eine völlig unterschiedliche Provenienz, eine völlig unterschiedliche Herkunft haben. Der eine ist schwarz und kommt aus Afrika, der andere scheint eher aus dem asiatischen Raum zu kommen und der Dritte ist vielleicht einfach mehr oder weniger europäisch von seinem Aussehen her. Ich finde es wirklich schön, dass der Künstler diese drei Figuren auch genau so gestaltet hat. Das Volk Gottes setzt sich zusammen aus Menschen von allen Völkern und Nationen. Es muss nicht jeder gleich aussehen. Und das Schönste an unserem Glauben ist wirklich zu wissen, dass er jede Grenze sprengt und dass wir eine Weltkirche bilden. Das ist für mich eine der schönsten Erfahrungen zum Beispiel, wenn wir nach Rom kommen. Wenn man nach Rom kommt, auf dem Petersplatz, zur Audienz beim Papst oder wenn er den Angelus betet, auf dem Petersplatz. Und wenn man sich dann umguckt, sieht man, wie groß und bunt die Familie der Kirche ist. Meine Lieben, ganz konkret heißt das irgendwie dann auch wieder zu Hause, wenn mal jemand neben mir in der Bank sitzt, in der Kirche, den ich vielleicht noch nicht kenne, der vielleicht aus einem anderen Land kommt, dem man das schon ansieht, dann ist das vielleicht eine Ermutigung, einfach zu sagen, wie schön und bunt ist unsere Kirche. Und alle gehören dazu. Und alle gehören dazu.